Next time! Wird mich raten, jemand hat euch eure Süßigkeit geklaut? Wieso sollte mir eine Süßigkeit klauen? Ich, äh... Kann ich umhauen mit einem Atemzug? Ihr tragt eine Söldnerrüstung. Das sehe ich besonders gern. Ja, aber diese Rüstung ist echt mickrig. Deshalb ich bald mal mir auch vielleicht eine Rüstung besorgen sollte. Was ja mein Level entsprechend angepasst ist. So, jetzt muss ich jetzt hier irgendwo noch eine Weggabelung geben. Genau, da ist sie. Wird die da wieder geritten? Stimmt. Ritten. Wie war's grad? Wie war's grad? Elgen... Ach, Elgen will ich nicht wirklich unbedingt. Oh nein! 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 Geh weg, Draco! Mir jetzt hier hinzuschneppen möchte ich noch nicht kämpfen mit dir. Das ist mir ein bisschen... Da! Geh weg, Draco! Bitte! Hilfe! Was ist denn hier passiert? Gefangene befreien nichts tun. Nichts tun. Wenn ihr wahre Söhne und Töchter von Himmelsrand kennt, dann sagt ihnen, sie sollen nach Windhelm eilen. Ulfric Sturmmantel erwartet sie. Schließe ich das Aufstand des Sturmmantels an. Okay... Kaiserlicher...